ok geht es noch gut ja mein gehirn kann ja das ist wahr eigentlich ist das sehr schlau aber der herr olaf hat aber noch keine antwort gegeben aber gut auf was denn meine ohren waren im dreck also ich würde die teilen von euch drei nehmen denn ihr seid alle bei der stadtwache wenn ein stadtwache mensch könnte also der einzige der mehr so auf die schwelle einfallen würde während er was gesagte nick aber der geld oder sowas oder er ist abgehauen den würde keiner nehmen da er auch ein werwolf war er war auch ein werwolf ja dank ihrer unsichtbarkeit dank ihrem unsichtbarkeitsumhang konnten wir einige leute überprüfen ja der milven fährt auch weg leider der tobias und der herr luka sowieso die sitzen im gefängnis aber und vor allem sie sind auch weg weil sie es nicht bei der stadtwache lässt sich von niemanden einfach so bestechen und ist auch fähig was ist mit den jahren sie nicht herr ramon sind sie schon mal bestochen worden naja man könnte sagen dass ich nicht wirklich also dass ich nicht wirklich alles was denn welche frage an sie nee ich habe ihn nur bestochen ach er ist der beflächert das ist ja noch schlimmer naja ach gut ich weiß nicht ob man sich bestochen nennen kann ich habe ihm gesagt dass ich bei der stadtwache bin und dann hat er mir den preis für die rüstung verringert ach so naja aber hat sich jemand anderes bestochen man kann jetzt sagen dass ich jetzt sprechen jetzt machen sie den mund auf herr ramania also also ich seitdem ich in dieser stadt bin hat mich niemand bestochen aber ich sage nicht dass ich nicht alles für geld tun würde kurze frage hat sie denn jemals schon mal abgestochen und sie wird noch mehr für alkohol tun naja kommt drauf an also ich meine dann sind sie definitiv kein guter stadtherr und er hat auf seine rüstung das stimmt das ist das war glaube ich das apfelwein nein das war leider kein apfelwein das war ich will es nicht wissen außerdem wer ist einer der geistentypen auf diesen wunderbaren fleckchen stadt nicht sie doch ich bin ich eigenluck stinkt genau so wie er ist ja ich habe ich jetzt schon natürlich seitdem ich auf die reise gegangen bin wie wäre es mit dem herrn justin dem man nie sieht der nie aus der miene rauskommt nein der kommt auch nie aus der miene raus na stimmt auch ja und der daco den wollen wir auch bei der stadtwache haben ja außerdem ist er werwolf da fällt definitiv schon mal raus als land der stadtherr also wer bleibt dann noch ich warte auf ihre antwort ja der hund von der laik ich bin ja gerne mein hund ne meine kartoffel die der herr olaf mir gezaubert hat oh gott aber dann das kannst du nicht machen die ist ja parteiisch ich hab sie ja erschaffen aber sie die steht zu mir also wir können ja gerne mit aufzählen wer ist eigentlich als wacher unten beim c4 typen der komische herr luca und der herr tobias sind ja eingesperrt dass wir haben die komplett leer gemacht er aber herr luca hat noch sachen bei sich gehabt und hat vorhin schon mal den stein mit der hand ab zerstört müssen wir noch herr guck mal überhaupt nicht also wenn ich das hier mache danach habe ich blutige kaputte hände er hat irgendwie 10 diesen c4 sc4 dicken naja ich gucke nachher mal rein am besten kopf ab und fertig das ist nicht immer eine lösung vielleicht in diesem fall schon das sagt der richtige er wollte es weil er sein gehirn aufscheinen wollte dann wollte mein gehirn in ein glas schatoulle packen das sind ganz so schlau bin dass ich auf eurem niveau hinunterkommen man es noch ok mit herr olaf ganz schön wenn man noch kann stadt zu ratten und nimmst ihr wie es ist stattdessen mit der fackel hokus pokus oh gott ne ohrmann was ist mit diesem herrn stadt mann jetzt auch mal an schlafen als wir können ja gerne mal auf die machen das jetzt mal ganz schlau warte ich nehme dazu mein gehirn mal kurz zu mir also m angenommen ähm wie viele leute sind im moment in der stadt das ist eigentlich keine ahnung aber was haben sie jetzt mit ihren augen gemacht 8 ich bin ich habe mir einen monocle in der innen der hausen das ist er die monocle sind ihren augen nein können sie in händigkeit aufsetzen danke aber auch also wir haben bestimmt so fünf sechs wehrwölfe also ich glaube sie habe ich mal als sehr wehrwölfe gesehen melvin master melvin der sehr geehrte daco fällt auch hinaus dieser nick der war ja auch ein wehrwölk was ist denn mit der herr leute ist auch einer wer der herr der herr leute der dieses kleine haus neben dem haus vom herrn daco hat den kenne ich noch gar nicht doch den müssten sie auch schon mal gesehen haben was ist denn mit tobi warum wird der nicht genommen wer ist tobi der herr tobias bestimmt der wird dann von diesem scp typen dazu verleitet dass er fast ihn befreit und will sich dann selbst entspricht ah ok dann fällt er ja auch schon mal raus ja dann dann herr eick ich will ich würde sie niemals als stadtherrn wollen weil dann sind dann sind die gewalten nicht gleichmäßig aufgeteilt deswegen weil sie haben die militärische macht und wenn sie militärische macht mit politischer macht verbinden dann kommt zum schluss ähm militärstaat raus und sowas wollen wir hier nicht zumindest ich will das nicht und die anderen glaube ich würde mir dazu sprechen ne also was sollte das dann schon voneinander trennen das ist natürlich klar das können wir das kann man jetzt zwar sagen das war aber es gab mal damals ich kannte da jemanden der hieß ardi ardi hitzler und äh der hat es genauso gemacht in unserem land das haben wir damals in geschichte gelernt und geschichte und seran das ist ewig also wir hatten damals ich schweige ab diese art hitze sagte immer ja wirklich ich bringe uns zu einem volk wohlstand und frieden aber zum schluss schlüsse und uns an einen krieg mit unserem nachbarn reicht auch und deswegen ich weiß es nicht deswegen und sie sind so dass so schon so stark wie sagt man dazu ja kurze frage kurze zwischenfrage ja ich hab's vergessen naja egal sie haben nur neun kessel fragen aber haben sie meinen kessel genommen was für ein kessel nein ok sie haben einen kessel also dann werden sie definitiv kein stadtherr wenn sie das jetzt schon vergessen dann vergessen sie auch nicht nein ich hab die frage ja wieder geld anlegen dann fehlt also dann fällt er also auch raus im teil robs fällt raus weil er so einen trunken wollte und weil er bestechlich ist und weil er bestechlich ist und weil er bestechlich ist und er weil er Stecher ist dann muss kurz kurz was gucken der mentalist und die äh die Vivian die fallen ja auch raus weil die haben ja irgendwas da keine ahnung ich hab mich so ganz mitbekommen ja er hat tatsächlich eine störung das tut mir weh na seitdem sie bei ihnen arbeitet die hatte schon vorher eine störung das tut mir wirklich leid aber nein ähm deswegen also wenn man wenn man wirklich raus zählt dann bin ich da einfach wieder übrig bleibt äh nein da sie die fähigkeit haben die platzgurken anzuziehen und dann haben wir hier keine stadt mehr sondern ein kratzerr ich bin gestern durch die gegend gelaufen und habe ihren hokus pokus zauber überall verbreitet ich glaube nicht dass hier noch irgendein monster kommt dann fragen wir doch jetzt mal den herren ramon und den herren ben oder ein stadt herren weil er war ja mal ein werwolf er hat ich war viel unfug getriebe er ist nicht immun er würde das stimmt er würde bestimmt heute noch unfug treiben ich habe ihn noch nie naja wenn dein Hund ist übrigens noch am leben ähm unter eichs weg so hab ich das gesehen er zieht sofort ein schwert wenn es um seine augustiere geht also das ist es hat gesagt es ist mir egal deswegen habe ich sofort wieder weggelegt es ist es ist es ist es ist eine schwierige situation jetzt so ich habe meine haustiere selber ausgestanden nach oben ja dann müssen wir halt eine lösung dafür finden dann setzen wir ihr gehirn da rein also da irgendwo sehen sie nicht wie viele ich vollbracht habe ich habe mich jeden tag in meine arbeit rein also ich sag es jetzt mal auf und echt den herren olaf als stadtherren selbst kann ich mir nicht vorstellen aber vielleicht als berater ja das schon ja weil er von der fraktion magie ist und das dann doch wohl schon einen großen teil dazu beiträgt ähm er hat anscheinend virus so wie ich das richtig hin warte mal was was habe ich eigentlich verpasst viel ich auch ja fragen sie nicht ich habe gerade melven genannt äh ja danke ich stand zu ach du scheiße hab ich jetzt echt melven gesagt ja 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 sehen sie herren und so fertig bin ich im kopf weil ich das alles ertragen muss weil einfach niemand hier ist der durchgreift ja ja ok dann können wir das gerne denn doch als probe äh probe äh ding einführen dass sie dann stadtherren ja doch warte mal wenn uns das nicht gefällt dann gehen sie einfach ganz schön von diesem posten weg ja 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 dann ja 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 wenn sie die macht haben haben sie die macht wenn wir sagen sie haben die macht nicht dann haben sie die macht aber nicht mehr nö es ist eine symbolische macht nö weil dann haben sie drei ja das sagen über die stadt in dem sinne und ich wäre nur die vorschau das vorschau bild weil wenn sie drei sagen sie sind kein stadther mehr und wäre ich kein stadther mehr dann wäre ich ja nur ihre öffentlich nicht ihre schauspielerfigur und mein okay ist es nein ich habe in die sterne geguckt gegen mein meister ich brauche dies ist eine sterne denn bild ich hab gerade nach dem mond geguckt aber es ist gar kein mond der geht da hinten auf also dann würde ich einfach sagen sie sind dann so lange da und dann natürlich auch gar kein stadt werden das können wir selber entscheiden ob in der woche probe und dann für immer und halt mit wahlen noch zwischendrin oder die wahlen also wenn ich dann ihr berater wer also ich als berater bin ja für den stadt herrn ich sorge dafür dass der stadt ja möglichst lange in der macht wenn die leute etwas anderes mein bin ich natürlich den leute ihrer meinung wir sind allgemein dafür dass es der stadt gut geht dass keine armut herrscht wer also ich bin ja nur berater ich habe ja sagen sie beraten mich dann in dem punkt was könnte ich besser machen damit die stadt halt dass es der stadt gut geht den bewohnern gut geht dass es dass jeder essen hat dass jeder arbeit hat und 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 ich muss es als stadt herrn halt umsetzen gut wie müsste es nicht sie dürfen es ja okay aber ich darf ich bin nicht korrupt dass ich jetzt sagen der werwolf dort der soll in der zelle schworen der andere werwolf dafür frei herumhucken gut bei der kommen sondern mit dem rede ich noch wegen der stadt wache gut was auch ein thema wenn sie stadt herr werden bleiben sich der chef der stadt wache ich würde das amt als chef der stadt wache ablegen aber ich würde freiwillig in der stadt wache mit dienen wollen wenn das machbar wäre herr oder ich bitte tschuldigung ich war gerade gedanken kann mein nächstes experiment in gedanken ich würde das amt als stadt wachen herrn dann ablegen aber freiwillig in der stadt wache als normaler fußsoldat sage ich jetzt einfach mal weiter dienen wollen ja das ist dann vollkommen in ordnung dann habe ich eigentlich gar keine okay dann haben wir das nächstes problem sie sind neuer leiter der stadt wache applaus applaus anzinger beschlossen nein er steht der wein also jetzt jetzt steht er über ihn jetzt darf also sogar schlagen ich bin der eier ist aber nicht mein meister wenn er mich schlägt muss er mit einem wunderbaren wie im gardium klar kommt ja dann trage ich uns jetzt erst mal hier